Hagen hat mir gerade eine SMS geschrieben und ich soll mal nachschauen. Die WFB hat jetzt eine Expertin für Schlafangelegenheiten. Jetzt hol ich ab. Ich bin halt. Jetzt reicht es. Das wäre doch was für dich gewesen. Jetzt reicht es. Wirklich. Ich wollte es dir nur sagen, worum es geht. Aber jetzt sage ich dir mal was. Es gibt da so einen Fußballspieler, der heißt Cristiano Ronaldo. Ja. Der macht das schon relativ lang. Ja. Es gibt auch einen Tennisspieler namens Roger Federer. Der macht das schon relativ lang und spielt okay. Ganz gut, ne? Ganz gut. Ja, fand ich auch bisher. Warum machen es dann nicht alle, dass sie so gut sind wie Ronaldo? Als Beispiel. Ja, weil Schlaf alleine ist es auch nicht. Aber ich sage mal, also manche, manche. Gott sei Dank. Also dann wäre ich auch Ronaldo, weil schlafen kann ich meistens. Ruf man Hansi jetzt an und fragt den mal, ob da noch jemand einstellt für an der Bar. Für den Hausschenken. Da wäre ich doch prädestiniert für sowas. Das ist wohl wahr.